Hallo zusammen, da sind wir wieder direkt im Anschluss mit der nächsten Battle und diesmal hat Eddy den Tisch aufgemacht. Also wir wechseln hier ganz fair auch mal die Positionen, sofern das beim En Deux überhaupt einen Unterschied macht oder einen Ausschlag gibt. Good Blood, Eddy. Good Blood, ja, wieder angewiesen auf anderthalb Boute. Übrigens die zwei und ich hätte immer noch nicht sicher gewonnen, also von daher. Ja, dann sollte man auch nicht 18 sagen. Naja, zwei Alte, zwei Dreierlingen und zwei Asse im Skat, aber die falschen wären es gewesen. Hier ist es auch wieder soweit, hier ist es auch wieder soweit. Komm, wir wollen ja auch mal ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, 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 ja. Zweimal offen? Ne, verdämmt. Aha, das ist gut. Das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Kreuz und dann geschlossen, aber natürlich nur mit einem Trumpfstich. Ja, komm her, es löst sich schnell auf, es löst sich schnell in den Wohlgefallen. Die Karte steht so gut, wie sie für mich stehen kann. Pieck Bauer jetzt blank und Karo Ass blank. Das kann nicht schlecht sein, ja. Das bedeutet wiederum, ich mache keinen Trumpfstich mehr durch Pieckbauern blank und mache noch zwei Karo Stiche, die ins Nirgendwo führen. Die zu irgendwie 49 Augen führen. Einmal ganz schnell durchgespielt für... Aber das war auch klar. Die Findung war nicht dolle, aber ich habe den 6-Trumpfansatz mit dem Seitenass und der blanken Karo 10. Jetzt braucht man nur eine Karte irgendwie tauschen und dann ist das Ding schon locker aufgeflogen. Also Glück gehabt. Ach, ja. So. Hier gibt es verschiedene Varianten. Das hört sich an, als gäbe es... Also ich sage, ich sage schon mal vorweg, so im Turnierskat wäre das auf jeden Fall ein einfacher und auch wahrscheinlicher, dass man dieses Spiel gewinnen wird. Hier ist alles möglich bei der Oma. Ah, Gang ohne 4. Ja, 48 Augen verschränkt jetzt. Man kann den auch zweimal offen durchaus spielen. Ja, aber Du hast mich ja in der Proberunde zu Recht darauf hingewiesen, dass das sehr frivol ist, Gang ohne 4 doppelt offen zu spielen, ne? Ja, gut, aber wenn alles einmal laufen muss, mit einem 4er-Feld und zwei 3er-Feldern... Ja, wer weiß wofür die 24 Augen zum Schluss gut oder nicht gut waren. Ja, die 48 natürlich. Hab ich ja wieder eine Traumfindung hochgerissen. Meine... Du hast die Probleme nicht mit Gangs ohne 4, ne? Ne, also Gang ohne 4, das Problem habe ich aktuell gerade nicht, ne. Meine Sorgen sehen mal wieder anders aus. Das ist ja jetzt auch... Schneider oder Schwarz? Ne, mit einer durchwachsenen Findung hätten wir keine Probleme, aber mit einer schlechten Findung wie dieser müssen wir dann doch so noch mal kurz überlegen, was wir aus diesem... aus diesem Gedicht jetzt so zaubern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass bei meiner Karte wirklich schlecht im Skat gelegen haben könnte, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich war schon ganz gut bestückt, aber... Gut, ich glaube, wir machen das mal so, und ich glaube, wir machen das mal... So. Ich glaube, wir machen das mal so, und ich glaube, wir schicken auch mal den Buben ins Feld. Oh! Guck dir das mal an. Ich sehe erst mal so, Mensch, muss der viele dunkle Karten bedienen, aber dann sehe ich plötzlich, was ist denn mit Karo los? Ja, was ist denn mit Karo los? Ja, was ist denn mit Karo los? Der hat ja gar kein Karo da, der Bandit. Aber ich glaube, es reicht, ne? 28 hier dazu, und jetzt diese beiden wollen noch... Ich glaube, es sind auch keine Tricks möglich. Wenn ich jetzt irgendwie trickse, kriege ich dann... Karo Ass? Ja, ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich jetzt Karo Ass spiele, dann kann ich in Kreuz mir noch den König angeln, ne? Ich könnte dir die Antwort geben. Ja, ich kann... Karo Ass kommt jetzt ein bisschen zu früh, nach Abstich, Übergabe, Pik 9, Herz 9, Herz König. Also wenn, dann müsste ich jetzt direkt Herz Lusche spielen. Ich glaube, Herz Lusche ist der korrekte Zug für Maximum, ne? Wir versuchen das jetzt mal. Herz Lusche ist der Zug für Maximum. Was hat... Was drückt man? Achso, man kann die Herz Dame zu dritt behalten, sogar, ne? Ja. Ja, macht ihr nicht. Es geht jetzt nicht hier darum, um eine spezielle Drücke. Ich habe die beiden Damen übrigens gefunden und wieder gedrückt. Gefunden und gedrückt. Nur auf diesem Wege. Ja, das ist wirklich interessant, dieses Spiel. Im Turniersgrad hätte man wahrscheinlich jetzt nach Kreuz Ass sein Karo Ass gespielt und wenn jetzt wirklich dann die Gegenpartei auf diese Vier-Augen-Übergabe gekommen wäre, hätte man keinen Stich mehr bekommen. Ja, gut. Wir spielen es jetzt mal gelangweilt trotzdem runter. Der Daniel kriegt noch Kreuz König. So zwei Damen gedrückt. Ja, ja. Das ist ja... Na ja, von Haus aus schon. Und schon wieder hat er den Skab in der Hand. Ja, 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 ja. Er hat ihn in der Hand. Er drückt ihn auf diesem Wege und der muss wieder reichen. Der ist wieder stark nach Buben im Stoff. Das ist wirklich grenzwertig langweilig. Die guten Zeiten kommen noch. Alles steht auch wieder ordentlich. Da können wir ja einmal... Ich darf bei diesen Gangs ohne Vieren. Ich muss, ich muss diese 48 Punkte mitnehmen zum Schluss gehen. Die mit Sicherheit gegen Daniel. Oh, jetzt lässt du dir tatsächlich noch Karo 10 abstechen. Ja, naja, gut. Sonst gibt es Schmierung auf den Vollen. Ich glaube, das machte keinen Unterschied. Ich dachte, vielleicht erwische ich dich mal im gelangweilten Tiefschlaf, aber das kann ich natürlich beim Skat, glaube ich, vergessen. Ein sehr schöner Ansatz. Ein durchschnittlicher Skat. Ja, Daniel, ja. Na ja, komm. Sehr fragwürdig, ob der nur einmal aufmiss. Okay. Man weiß es immer nicht. So. Wollen wir mal die Frage in den Raum stellen. Was machst du? Wie ich glaube, wäre noch ein bisschen schwieriger gewesen. So. Einfach gewonnen. Lusche Dame hättest du, glaube ich, auch mitgenommen, ne? Aber... Also erst recht mitgenommen. Ja, 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 ja. Hättest du auch mitgenommen. So, der Eddy schon. Hier Lust, ihn abzugeben. Einen vollen brauchen wir, wenn wir drei haben. Das hat Daniel ja schon mal berichtet. Weg, weg. So. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht, was man mit dieser Karte macht. Oh Mann, 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 Mann. Ja, aber du wirst dir was einfallen lassen. Da bin ich mir sicher. Aha. Ich gehe jetzt mal aufs Ganze. Ja, du gehst aufs Ganze. Und wir hatten es ja schon einmal, wo dann alles dagegen stand. Hier ist es nicht der Fall. Hier steht gar nichts dagegen, außer dass die Buben auf einer Hand sind. Mit Mittelhand hätte auch ein schönes Spiel gehabt, speziell nach der Aufnahme. So, was kriegen wir denn? Herz 10. Ja, aber zu wenig, weil der Bauernmann auch noch die beiden Asse hat. Und obwohl ich jetzt hier den Abwurf noch hinbekomme, damit habe ich mich noch verschlechtert. Ich wollte es nur mal demonstrieren. Jetzt zwei volle hier bei mir. Dann wären wir rausgekommen. Ist aber nicht der Fall. Also biete ich jetzt mal das Spiel... Was kriegen wir denn? Ne, das kann doch auch nicht richtig sein. Ich habe also... Daniel, ganz entspannt bleiben. Ja. Ein König wird es reichen. Ja. Und ich habe viele Könige gedrückt übrigens. Ich weiß gar nicht... Ich habe meinen einen gerade weggeworfen aus Spaß, aber ich kriege natürlich, ich sehe es ja gerade, ich kriege natürlich noch Karotame mit meiner letzten Dame. Reicht ja auch noch für 31, ne? So. Was? Nein, du hast 22 erst. Ja, dann habe ich es ja... Das war ja wieder schön. Die Könige waren gedrückt, meine Könige. Ja, ja. Dann habe ich damit das aus ästhetischem Gesichtspunkt, damit du hier nicht unter 120 vom Tisch gehst, habe ich da nur mal aus Spaß, weil ich wahrscheinlich dachte, ich werde sowieso schneiden. Da habe ich den jetzt König mal abgetragen. Ja, das war natürlich mal wieder nicht so pfiffig, aber wir wollen... Ich will mal nicht zu streng mit mir ins Gericht gehen. So, das ist jetzt... Das wäre ein schönes Spiel für das Publikum, wenn das fallen würde. Ich spiele es trotzdem, wobei das mit einer vollen Pinke interessanter wäre. Ein, zwei Mal auf der Hand. Ja, das fällt ja nur mit dem Karo Ass Abstich, da kann ich mich schon mal beruhigen. Ja, aber wir hatten das ja schon häufiger mal, dass sowas mal passiert ist. In dem Fall nicht. Daniel wieder auf Maximum gespielt. Kreuz Ass liegt doch im Skat. Doch nicht. Doch nicht ganz. So, jetzt hast du selber die Reihe gesprengt, beziehungsweise hast du die nächste Stufe eingeläutet. Drei Qualitätsspiele hintereinander. Im jugendlichen Leichtsinn weiter und ein Pflichtspiel, weil es einfach auch klar ist, wie man es gedrückt hat. Die Frage ist halt nur, wie es steht. Das sieht sehr gut aus. Trumpf 3, 2. Ja, da ist auch nichts los. Nichts ist los. Nichts ist los. Du möchtest nur meine Trumpflusche haben vielleicht. Ja, ich nehme deine Trumpflusche. Nun nimmt meine Trumpflusche, weil er Herz Ass und Zehn irgendwie Herz Ass laden möchte. Genau. Herz Zehn zum Anbieten. Ja, gut. Das wird dann irgendwie... Mal gucken, ob Daniel sich noch umziehen kann. 13 hat er schon und 14 sind 27. Kreuz König muss ich abgeben. Einfach gewonnen angenommen. So. Tja, im Lauf drauf sagt man, sehr attraktive Karte. Glaubst du an Läufe, Eddy, beim Skat? Manchmal schon. Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja. Zu häufig schon gesehen. So. Der sieht optisch sehr gut aus. Wir gucken mal, ob er in der Praxis auch wirklich so gut ist. Ja. Wie testest du den denn? Wer kommt zuerst? Ich würde Piers Blank tatsächlich ausspielen und mit... Mal gucken, mit was... Ja, 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 ja. Keine schlechte Idee, wenn ich das... Keine schlechte Idee, weil wenn die Bauern dann springen, hat man Schneider gewonnen. Du hattest in dem Fall aber auch keine Chance, was falsch zu machen. Nee. Selbst die Bube oder Karo Ass. Karo Ass wäre wohl eher... Aber auch kann man ja nicht spielen. Kann man ja nicht spielen. Ich schenke... Na, unter Umständen Karo Ass und dann fliegt die blanke Herz raus irgendwie und dann... So, darf ich mich mal ganz kurz berappeln. Was ist denn hier los? Der Eddy spielt im Bereich 120 aufwärts, bis auf dieses kleine Karo. Ich stehe ja gar nicht so schlecht mit drei Gewinnspielen, aber trotz alledem ja gar nicht so schlecht. Vielleicht nur 700 hinten. Gut, dann wollen wir mal langsam uns gerade hinsetzen. Angreifen. Ah, angreifen. Jetzt in jede Flocke rein. Das können wir so nicht stehen lassen. Zum Beispiel in diese hier. Oh, mit Gegenwehr. Jetzt wird es aber jetzt mal wirklich... Ich bin jetzt glaube ich wirklich zu leichtsinnig, aber ich... Jetzt fängt es ja an interessant zu werden. Wie schön. Ja... 436 kriege ich es. Dann können wir nochmal gucken. Wir werden mal einmal offen spielen, uns noch ein bisschen bedeckt halten. Man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen. Aber nicht dieses Pferd. Dieses Pferd nicht. Dieses Pferd kotzt nicht. So, 21 Karo, ein Trumpfstich mit Trumpf Ass und noch einen Pikstich. Wir können das abkürzen. Spiel einfach gewonnen. Ja, da bin ich doch einverstanden. Wie weit hätten wir denn gereizt, Herr Schäfer? Ja, 50 war es mir schon. Achso, 50 schon, weil ich hätte für 45 noch ein gutes Karo gehabt wahrscheinlich. Ja, der sechste Trumpf war natürlich auch einiges wert, aber ich konnte noch volldrücken. Und du lässt nicht locker und legst direkt hinterher. Ja, und jetzt wird sich zeigen, wie viel ist mir meine Erfahrung wert. Oh, das hört sich für mich gut an, wenn du das fragst. Was machen wir denn damit? Also die Drückung ist, glaube ich, die ist in Stein gemeißelt. Kriege ich denn das jetzt übers Herz? Stehen denn da jetzt? Steht das Ding denn jetzt komplett auf? Nee, es ist einfach, ich glaube, es ist nicht vernünftig. Kriegst du mal auf und Karo zweimal auf. Ei, nee. So, der Grange wäre gegangen, wie wir sehen. Immerhin hast du Schwarz gewonnen, ja. Der Grange wäre auch gegangen. Herz steht 2-2. Oh, jetzt wollte ich das Spiel einfach gewonnen machen. Ich mache Spiel, Rest schenken. Das sind ja auch 81 Augen. Sind auch 81 Augen tatsächlich, ja. Wenn du nach vorhin den 48 nachtrauerst, dann habe ich hier auch noch welche, die ich im Zweifel am Ende ins Gefecht führen kann. Aber das Risiko war mir zu groß. So. Wir robben uns auf dem, auf dem kleineren Pfad wieder ran. Hoffe ich mal, dass hier jetzt nichts passiert. Aber ist meine Erwartungseite. Spiel, Schneider gewonnen. Ein Stichtrumpf. Und schon ist er wieder da, der Daniel. Ja, sind ja auch keine wirklich kleinen Spiele. Haben es ein bisschen schwer mit den Paketen zu konkurrieren, die du bisher schon so gezeigt hast, aber... Ja, vor allem mit der Serie 1 und 2, genau. Wenn man alle zusammenrechnet, dann... Ich weiß gar nicht, wie ist denn jetzt der Stand? Alles zusammengerechnet ist doch jetzt wieder fast Pari, oder? Ne, ich war glaube ich sogar vor 2 Spielen knapp vorne und jetzt bist du wahrscheinlich... Ne, ne, ja. Ich glaube, du warst 280 nach Serie 1 und in der zweiten waren es 180 so gefühlt. So, das ist jetzt auch ein sehr attraktives Spiel. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich spiele doch ängstlich, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder... Ach, komm. Das Problem ist, dass das Spiel so billig ist. Aber es ist das Vernünftigere vielleicht. Aber auch das Spiel ist verlierbar. Daniel ist so ruhig, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Ja, ich denke nur darüber nach, ob wir hier... Wie wir hier am besten aus dem Schneider kommen. Ob wir aus dem Schneider kommen. So viele Wege gibt es, ja? Naja... Eigentlich nicht. Das sieht aber nicht zwingend aus nach dem Weg. Eigentlich nicht. Aber da sieht man jetzt, Grang zweimal offen wäre auch gegangen. Grang einmal offen. Naja, so sind es halt nur 55 Augen, die dieses Spiel bringt. Mit Schneider gewonnen, jawoll. Ich glaube wir ticken ähnlich. Das ist ja zumindest an diesen beiden Spielen zu sehen. Ich kenne andere Spieler, die bei beiden Spielen ganz ganz locker diese Grangs jeweils gespielt hätten. Und die sich wahrscheinlich auch wundern, warum wir das nicht tun. Ja, das gebrannte Kind scheut ein bisschen das Feuer, ne? Oh, das wäre jetzt... Den habe ich jetzt liegen lassen. Der hätte mir... Ich hätte, glaube ich, auch ein Spiel gehabt mit dem Skat übrigens. Aber du, wahrscheinlich das Bessere. Ich glaube, das wäre grang zweifach gewesen. In Vorhand. So eine Dinger lässt du aus, ja? Ja, manchmal schon. Oh, Nullover ausgelassen. Herz 7, Karo 8 wäre Nullover gewesen. Daniel, du musst doch mal angreifen. Genau. Ja. Warum greife ich denn immer im falschen Moment an, Mensch? Das weißt du doch noch gar nicht. Mach mal was ganz... Karo! Da kommst du ja nie drauf. Ja. Da komme ich wirklich nicht drauf. Oh. Einmal gegen die Theorie und schon... Schon... Ach so. Oh. Das war ja gar nicht so clever, was ich jetzt gemacht habe. Ich... Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass du Herz 10 oben hast. Das hatte ich die ganze Zeit schon. Nur ich habe jetzt natürlich auch wieder viel zu schnell gespielt, so. Das ist jetzt noch nicht widerlegt, aber... Noch nicht widerlegt, aber ich könnte es jetzt rausfinden, weil meine Kreuz 10 kriege ich sowieso nicht mehr heim in diesem Spiel. Und piekfrei werde ich auch nicht mehr. Also spielen wir einfach mal piek zurück und gucken... Ah, okay. Herz 10 könnte jetzt... Kann sie immer noch oben haben. Herz 10 könnte jetzt... Ja, dann wäre Herz 7 blank doch wahrscheinlich zum Sieg geführt. Vielleicht... Vielleicht auch nicht. Und... Ich glaube, jetzt kannst du relativ gefahrlos Herz rüberspielen. Wobei, man hat ja auch schon mal Trumpf gedrückt aus Spaß, ne? Hast du auch schon mal gesehen? Ich wusste sie immer noch nicht. Ich weiß jetzt übrigens gar nicht mehr, was du hast. Ja, ganz normal. Trumpf 10 noch. Ganz normal gedrückt habe ich. Ja, ich weiß aber nicht mehr, was du für eine Trumpf oben hattest. Egal. Ganz normal gedrückter Spiel war eigentlich auch zu gut für Experimente. So ist es. Guck mal. Zwei mal werden wir noch wach. Beide 7 zu 0. Dann ist die Liste gleich... Voll. So. Ich glaube, das Spiel gibt es jetzt nicht, womit du diese Liste noch gewinnst. Das stimmt. Aber natürlich hast du ein Spiel, was auf jeden Fall, wenn du es gewinnst, du weiterhin die Führung behältst. Pik zweimal offen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Ach so! Da bin ich auch Optimist genug. Da bist du Optimist genug. Ja. Karo22. Trumpf steht glatt. Trumpf 7 kann er sogar anbieten. Herz stehen die 21 auf einer Hand. Gut. Wir spielen es jetzt mal. das Spiel kann natürlich auch ganz anders ausgehen. Aber ja, das sind immer so die Sachen. Es muss gar nicht so viel anders stehen. Karo zu dritt, schon sind da irgendwelche komischen Drohungen drin. 21 in Herz, Karo zu dritt und schon ist ein bisschen mehr Action. Genau. Den nehmen wir mit und schenken den Rest. Ja. Guck mal, genau 300 jetzt auf den Punkt. Das lässt sich ja zumindest mal leicht merken und gut rechnen. Diesmal 300, genau. Aber wir haben glaube ich die zweite Liste. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es überhaupt stand. Aber also, auf jeden Fall bist du nach vorne. Das ist das Einzige, wo ich mir sicher bin. Und auf jeden Fall geht die erste Liste an dich. Wunderbar. Für heute genug, aber bald geht es weiter. Ich freue mich schon drauf. Danke und bis dahin, Eddie. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.